Hallo bei autonotizen.de. Im verregneten und grauen Herbst, der wird ein bisschen aufgehellt durch das Magmarot dieses Testwagens und das ist der Mazda CX-5. Das kompakte SUV, 4,55 Meter lang und damit genau in dieses Trendsegment einfahrend, ist seit vielen Jahren der Bestseller von Mazda in Deutschland. Der war auch schon zweimal vor der Kamera, deswegen gibt es jetzt kein volles Review mit wie sitzt man hinten, wie groß ist der Kofferraum und so weiter und so fort. Ich verlinke das unten, da gibt es ausführliche Review zum CX-5 mit 2 Liter Benziner und 165 PS. Dann stand da schon ein zweites Mal vor der Kamera mit dem 194 PS starken 2,5 Liter Skyactiv-G Benziner und für mich neu auf dem Markt, nicht neu, aber das erste Mal jetzt hier erfahren, der CX-5 mit dem 2,2 Liter Diesel, 184 PS und ein, zwei Neuerungen in der Ausstellungsliste für 2019. Wir haben hier einen CX-5 in der Sportsline stehen und der bringt das für 2019 neue optionale Plus-Paket mit. Das kostet 3.150 Euro und bietet ein paar Goodies, die ich jetzt hier mal zeige. Hauptbestandteil sind die braunen Nappa-Ledersitzbezüge auf allen Plätzen. Ein schönes dunkelbraun und in der Tat sehr hochwertiges weiches Leder, also von der Materialgüte ein deutlicher Unterschied zur sonstigen Lederausstattung, die es weiterhin gibt. Auch hier der Bezug an der Mittelkonsole. Also 3.150 Euro, ein stolzer Preis, aber der gilt nicht nur für die Ledersitze. Die Kosten in schwarz mit elektrischen Sitzen und der Lüftung für die Vordersitze 2.200 Euro. Das hat auch das Plus-Paket hier drin. Wir sehen hier die Perforierung in den Sitzmittelbahnen und hier unten die Sitzverstellung mit der Memory. Es gibt zwei Positionen, die man hier einstellen kann. Also 950 Euro, dafür gibt es dann die braunen Nappa-Ledersitze. Zusätzlich die Dachhimmel-Ausführung in schwarz, ist auch Teil des Plus-Paketes. Wirkt sportlich, aber bringt doch ziemlich viel Dunkelheit in den Innenraum. Dann gibt es einen rahmenlosen Innenspiegel als nettes Detail. Und wir sehen hier diese Echtholzeinlagen im Cockpit und auch in den Türverkleidungen. Die sind auch Teil des Plus-Paketes. Dazu gibt es noch so ein paar satinierte Chromdetails im Innenraum und ein LED-Ambientelicht. Neu in 2019 für den CX-5 ist auch das Kombi-Instrument. Es sind nicht mehr einzelne Tuben wie bisher, sondern eine gemeinsame Abdeckscheibe für die analogen Rundinstrumente außen. Und in der Mitte erwacht jetzt zum Leben der digital dargestellte Tacho. Das ist hier ein TFT-Display. Und wenn man dann hier den Motor startet, ich mache das jetzt mal, dann kann man sich hier mit der Infotaste im Multifunktions-Lenkrad hier die verschiedenen Menü-Ebenen, die Fahrassistenten, Bordcomputer und zum Beispiel hier den AdBlue-Filstand hervorrufen oder auch den Tacho groß anzeigen lassen. Wenn der Motor läuft, dann kommt auch ein weiteres interessantes Extra zum Vorschein. Wir sehen das hier in der Kamera jetzt nur nicht ganz ideal. Das Head-Up-Display, ich habe euch das im ausführlichen Review des CX-5 bereits gezeigt, da aber mit Scheibe, die ausfährt. Wenn man für den Sportsline das Technik-Paket kauft, das auch Voraussetzung für dieses schöne Plus-Paket ist, dann gibt es das Advanced Head-Up-Display, so nennt man da das mit der Spiegelung der Informationen direkt in die Vintage-Scheibe und eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage im Paket mit dazu. Der Rest ist unverändert. Wir haben das Mazda Connect Infotainment-System mit dem 7-Zoll-Bildschirm hier oben, der im Stand als Touchscreen verwendet werden kann. Während der Fahrt geht die Funktion aber dann aus und man regelt alles hier über den Controller, der von dem iDrive von BMW nachempfunden ist und mindestens auch so gut funktioniert. Über den Home-Button komme ich dann eben hier auf das Hauptmenü und kann dann mit dem Drehrad hier in den verschiedenen Ebenen mich navigieren. Dazu gibt es einen praktischen Lautstärke und einen Ausschalter für das Audiosystem. Das Display selber ist mittlerweile schon ein bisschen klein. Wir kennen das vom neuen Mazda 3 und vom CX-30. Die Videos verlinke ich auch unten in der Infobox. Da ist das Display deutlich größer, steht weiter hinten, verliert die Touch-Funktion, die es ja dann eigentlich eh nicht unbedingt braucht, wenn der Controller so gut funktioniert und hat schon einen deutlich moderneren Touch und eben eine bessere Darstellung. Hier merkt man dann einfach, wie schnell bei so Infotainment- und Connectivity-Inhalten so ein Auto dann doch zumindest von der Hardware ein bisschen alt wird. Apple CarPlay, Android Auto ist hier mit dabei. Also da ist der Mazda CX-5 weiterhin auf der Höhe der Zeit. Der Motor läuft. Wir haben hier den Diesel mit 6-Gang-Schaltgetriebe. Los geht die Probefahrt mit dem Sky-Activity. Den Diesel im Mazda CX-5 gibt es in zwei Leistungsstufen, 150 PS und hier verbaut das Top-Modell mit 135 kW, 184 PS. Der Motor ist angenehm im Hintergrund. Beim Kaltstart hört man ihn ein bisschen nageln und natürlich, ganz klar, wenn man ihn ausdreht, also die volle Kraft abverlangt. Aber sonst ist es ein angenehmer Begleiter. Windgeräusche sind nicht zu hoch und das Motorgeräusch passt auch. 445 Nm maximales Drehmoment bei 2.000 Umdrehungen sind natürlich eine Ansage. Da ist er deutlich kräftiger als die Benziner. Man sieht es auch, jetzt ist ja dann gleich das Tempolimit von 60 kmh aufgehoben, dass ich im fünften Gang durchfahre. Dann schnurrt der Motor hier bei so 1.600 Umdrehungen bei knapp unter Tempo 70 vor sich hin. Wenn ich jetzt aufs Gas gehe, da brauche ich also nicht zurückschalten. Jetzt sind wir hier bei 2.000 Umdrehungen und jetzt merkt man, kommt eben das volle Drehmoment hier rein. Und schon bin ich auf Tempo 100, schalte dann in den sechsten Gang. Also ein dynamischer, der dynamischste Motor für den CX-5. Wer also ein bisschen Fahrspaß haben will mit dem in Deutschland gewohnten Turbo Wumms, der sollte sich eben den Diesel mal anschauen. Den gibt es mit 184 PS nur mit Allradantrieb, also nicht als Vorderradantriebsversion. Und alternativ zur Sechsgang-Handschaltung, die hier verbaut ist, auch mit 6 Stufen Automatikgetriebe. Die Schaltung lässt sich knackig schalten, kurze Wiege. Der Hebel ist schön hoch platziert, das kennen wir ja von Mazda. Ich persönlich würde aber doch zur Automatik greifen. Und dann ist natürlich auch ein gutes Zugfahrzeug, der CX-5 mit dem starken Diesel. 2,1 Tonnen Anhängelast, lassen schon so den ein oder anderen Wohnwagen dann da hinten dran gut mitziehen. Man sieht es auch hier, wenn man aus dem Ort raus beschleunigt, Tempo 50 im dritten Gang. Gehe ich jetzt aufs Gas, ist natürlich gleich die volle Leistung da. Und ich kann ihn auch schön rausdrehen bis Tempo 100 und schalte dann direkt in den höchsten Gang. Der Verbrauch hält sich im Rahmen, trotz durchaus sportlicher Fahrweise. 6,6 Liter ist der kombinierte WLTP-Wert. Das ist ja eh schon realitätsnäher. Ich habe auf meinen Testfahrten so 6,8 bis 6,9 Liter Diesel auf 100 Kilometer verbraucht. Also sehr nah da dran und durchaus ein akzeptabler Wert, wenn man bedenkt, dass wir doch ein 4,55 Meter großes und auch damit schweres SUV haben, was eben ordentlich Wumms hat und eine gute Ausstattung. An der Sitzposition hat sich natürlich nichts geändert. Man sitzt weiterhin schön hoch im CX-5 und das ist auch etwas, warum sich natürlich Leute ein SUV kaufen und vielleicht auch für manche dann der Unterschied, der einen Ausschlag gibt für den CX-5, wenn sie im Vergleich den CX-30 Probe fahren, der auf dem Mazda 3 basiert, bestimmt ein paar Kunden auch anspricht, die halt sich bisher vielleicht den CX-5 ausgesucht haben, aber mehr Crossover als SUV ist. Der Sitz selber ist auch bequem gepolstert. Ich finde ihn nur, die Lehne ist so ein bisschen dünn und schmal für große Menschen. Da könnte Mazda dann beim Nachfolgemodell mal mit einer neuen Sitzanlage kräftig nachlegen. Der Mazda CX-5 ist, ich finde das weiterhin, eine gute Bereicherung des SUV-Segments. Er ist ein entspannter Alltagsbegleiter, sieht schick aus nach wie vor. Er ist jetzt zweieinhalb Jahre auf dem Markt und hat, finde ich, an der optischen Attraktivität noch nichts eingebüßt. Am Infotainment, also an der Darstellung, der Navigationskarte, dem Display selber und der Bedienung merkt man schon ein bisschen, dass er mal ein Update vertragen könnte. Der Motor macht seine Hausaufgaben gut, zieht ordentlich voran und ist natürlich für Leute, die zum Beispiel gespannt fahren, die erste Wahl für den CX-5 hier, der starke Diesel. Dann aber am besten mit Automatikgetriebe. Das steigt natürlich dann auch im Preis. 40.390 Euro kostet diese Motorvariante mit Schaltgetriebe in der Sportsline. Der Testwagen hier mit den beiden Paketen und dem Magma Rot Metallic kommt dann auf 45.480 Euro. Das ist natürlich schon eine Stange Geld. Manche Kunden, die jetzt den Allradantrieb nicht unbedingt brauchen und mit ein bisschen weniger Platz zufrieden sind, werden sich gewiss den CX-30 anschauen. Und ich vermute, dass der CX-5 als Nachfolger, der so in eineinhalb, zwei Jahren kommen müsste, dann auch nochmal ein Stück wachsen würde, um eben hier mehr Platz in der Modellpalette für den CX-30 zu schaffen. Und dann soll der auch mit Sechszylinder-Motoren kommen. Das ist natürlich nochmal sehr interessant. Das war ein kurzes Update zum Mazda CX-5, eben mit dem neuen Ausstattungspaket und für mich die neue Erfahrung, auch den Diesel mal zu fahren und euch zu zeigen. Ich hoffe, euch hat dieses Videoformat mit der Konzentration auf die wesentlichen News gefallen. Lasst es mich doch in den Kommentaren wissen und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Vielen Dank fürs Zuschauen und für das Lesen des Fahrberichts. Verlinkt den wie immer. Unten ist der Link bei autonotizen.de. Bis zum nächsten Mal. Tschau.